ich hab ein ich hab ein ich hab nur zehn schuss wo bist du ich bin boiler tanks ich auch warte mal ich glaub ich hab dich sogar gesehen was am bunker in der nähe vom bunker ja wir stehen wir stehen hier ist jemand drin ich weiß nicht sollen wir da rein gehen oder lieber nicht ich glaube ich würde da nicht rein gehen na komm und hier ist ein skiff ein kollege hey kollega ok wo müssen wir denn überhaupt raus old road gate wo bist du denn jetzt warte warte du bist doch hier in der nähe warte warte ja ja hier ok ich hab schüsse gehört ich lauf rüber da ist noch ein skiff oder hoffen wir es ja hi kumpel kann man ihn begrüßen ja wie kann man eigentlich kommunizieren boah das habe ich auch schon mal versucht und das ist nicht doppelt und schnell drücken aber irgendwie hat das für mich nicht funktioniert kommt er kommt er mit dir mit nee wollte ich könnte ausprobieren mitkommt oder nicht das ist noch verpackt da ist ne Kerl da ist er das ist schon fertig ok ich bin rüber gelaufen ey ey hier liegt ne leiche vom spieler ey oh geil der hat nen helm wow UN helm cool und bodyabo hat der auch weiße weste cool ich guck mal eben in die kiste ok ok ich komme hier zurück also wenn er ne weiße weste hat ne kann ich die zufällig haben weil ich habe so ne mission mit den weißen westen da der ist noch hier draußen ok warte ich schmeiße hier vor die füste ich habe die vor die füste geschmissen aber das ist glaube ich jetzt im boden drin ich sehe es nicht ist im boden typisch naja ich gehe mal zu dieser kleinen hütte mit der tasche alles klar da liegt manchmal so ne Katze drum so ne Statue ich habe leider keinen Rucksack ne ich auch nicht ich auch nicht Kondensmilch Snickers Bedien dich nein danke ich bin draußen ich gehe vor ich gehe vor ich gehe auf die linke Seite wo die Kiste ist ok nein die Tür ist schon offen ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe Hast du die Tür zugemacht? Ja Okay, ich mach auf Warte Ist sauber Ach, jetzt Man kann nur breachen Warte Gab's da nicht so einen Trick? Warte Nee, geht leider nicht Scheiß doch die Wand an, ey Das sind zwei hier gewesen Okay Haben wir schon die Kassen? Nee, ich glaub nicht Oh, das ist sogar Geld Nee, bei mir nicht Wird schon entwendet Ah, ich hab nur eine Ein Stash Was machen wir da? Ja, kann man versuchen Das regt mich so ab Haben die dich umsingelt oder? Ich bin im Prinzip um die Ecke Und bin in den Raum rein Ich hab sie die ganze Zeit draußen rumlaufen und rumlooten hören Äh, da ist dann eher nur um die Ecke gekommen So wie der mich gesehen hat, ist der sofort wieder rausgesprintet Und dann haben sie angefangen, mit der Granaten reinzuwerfen und durch die Holzwände durchzuballern und dann hatte ich keine Munition mehr in der MP5 Ah, ich hab ihn gesehen Ah, ich hab ihn gesehen Links an der Mauer Kim Tollik Äh, vor der Brücke Vor der Brücke Vor der Zugbrücke Irgendwo Warte mal Ja, ja, ich hab ihn gesehen Nein, 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 nein Der ist jetzt am, am, am Fahrzeug Ich bin hinter dir Ja, Vorsicht, nicht, nicht zu nah Äh, der Typ obachtet uns An welchem Fahrzeug? Ja, an der Mauer Das Fahrzeug Da, dieses Dieser, dieser LKW oder was das ist Ah, ja, ja, ich seh ihn, ich seh ihn, ja, ja Er kommt Warte, ich, ich lauf mal, ich lauf mal rechts rum Okay, warte Er ist hinter dem Auto Rechts Ja, genau Oh, ne, der, der läuft irgendwie rum Echt? Ja, hinter dem Auto Ja, ja, er kommt rechts, er kommt rechts Ne, jetzt links Er hat sich ihn gelegt Ja, ja, ich hab ihn gesehen Ich hab ihn gesehen Muss nachhören Ich hab einen, ich hab einen Geilomat Geilomat Der hat mich nicht kommen sehen Da ist noch einer Aber ich bin gleich tot Wo ist der, sagst du? Wo war der? Der war, ähm, unter der Brücke Geilomat Geilomie Geil Sein Ja, ich hab die, ich hab die beiden Beide erwischt Geil, 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 geil Schnell, schnell, schnell heilen Puh, Junge, 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 Junge Ah, mein rechter Arm ist zerstört Der wollte seinen Kumpel noch retten Aber das waren Scavs, ne? Ja Scavs-Spieler Fuck Weiß ich jetzt nicht, ob ich angeschossen wurde Was ist jetzt nicht, ob ich die Kumpel noch retten, ob ich die Kumpel noch retten Zwei Saigas Also die Typen haben ordentlich gelootet hier Ja komm wir müssen das nächste Mal echt vorsichtig sein wenn wir dort hochgehen da muss irgendwie nur einer looten und die anderen gucken ja, anders wird es nicht gehen factory checks, ich glaube ich bin kurz vorm Ausgang ansonsten haben wir bis jetzt nur miese gemacht, es ist ja keiner von uns irgendwie nebendraus genau ok, fünf Sekunden super wenigstens einmal überlebt bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.